bekannt keine Betrugsfälle gegeben. Wenn es nach der FDP ginge, sollte man den Unternehmen lieber helfen, indem die Finanzämter Steuervorauszahlungen aussetzen oder rücküberweisen. Die Zahlungsströme sozusagen umdrehen. Das hätte man sehr, sehr gut mit den Verlusten dann verrechnen können aus den Gewinnen der letzten Jahre. Das wäre unbürokratisch einfach gewesen und auch nicht so betrugsanfällig. Das Bundeswirtschaftsministerium hat vorübergehend noch ausstehende Abschlagszahlungen gestoppt.